hallo und willkommen bei everspace 2 von rockfish games das spiel ist im early access ich sag's direkt vorweg ich bin echt gespannt wegen sound und so gucken wir nachher im spiel das spiel ist leider nur auf englisch aber klar ist ja auch noch in der entwicklung early access und so ob es eine deutsche synchronisation irgendwann mal gibt weiß ich nicht aber wir starten einfach mal rein status und Distraction-Area. All Miners stehen in Formation. Wingman, du gehst das Rear. Entstanden. Ich wollte erstmal was trinken. Ich spiele mit dem Controller. Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung geht. Schraub. Was ist falsch? Oh, Sir Jammed. Ich könnte einen Pusher. Hey, Ben. Wir haben einen Klunker hier. Schaut es. Lass uns hier ein Schiff treffen. Bin ich Ben? Also ich bin Adam, nicht Ben? Und da. Was ist das für deine Hoverthruste? Ich kann so hören, deinen Schreien. Ist es nicht schön, jemanden, der für eine Veränderung interessiert hat? Jetzt, ein paar Räume. Willst du das sehen? Das ist der rechte Stick. Wie mache ich denn hier... eine Rolle? Verdammt, wie geht das? Das gibt's doch jetzt nicht. Ah. Das heißt, ich muss den Stick gedrückt halten und dann... Boah, das ist ja... Ach so, wenn ich auch den Stick gedrückt halte, büßet der. Ich gebe dir ein 4 aus 9. Ja, du bist in gut genug Form, für den Schreien, den du fliehst. Versuch, ihm das zu Callahan. Ich bete 10 Creds, dass wenn wir nicht aufpassen, er wird das Schiff von unserer Tallye verhindern, Nein, er ist ein Schreck, aber nicht so schlecht. Ich nehme das Betten. Dann lassen wir ihn nicht warten, dann. Okay, ich weiß nicht, ob... ...ich mich an diese Steuerung gewinnen kann. Okay. Hier kann ich nicht bußen. Oh, der bußt doch. Okay, ich würde mal gerne testen, wie es mit Tastatur ist. Ja, okay, ich glaube, ich spiele doch mit Tastatur. Das ist einfach, die Steuerung ist viel einfacher. Wobei, der ist ein bisschen schnell, würde ich sagen. Also man kann so ein Gamepad spielen, man muss sich aber umgewöhnen, während mit Maus und Tastatur überhaupt keine Umgewöhnung ist. Q ist halt links drehen, E ist rechts drehen, Shift ist Speed, STG ist runter, Leertaste hoch, ja, W, A, S, D. Und Maus kannst du dich halt umgucken. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ich den Boost aktiviere. Könnte ein bisschen laut sein, das Geballer, ne? Aber dafür ist es mächtig. Ich lasse es erstmal. Ich mache aber trotzdem mal... meinen Maus was langsamer, würde ich sagen. Was kann ich denn mit dem Wrack machen? F Loot! Es gibt Loot! So muss das sein. Gibt es hier nicht so ein Button, alles... Alles looten? Mir fehlt das der Button, den ich haben will. Achso, F gedrückt halten. F gedrückt halten, alles klar. Loot ist natürlich wichtig. Ben, du solltest doch hinter mir sein, oder nicht? Sekunde, Ben, hier ist Loot. So, da ist noch was. Okay. Credits. Hier fliegen einfach so sinnlos Credits rum. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Die Entrance to the core is blown. Try using your missiles. Whoever sent that might still be in there. We'll see. Okay. Ein Terminal. Zum Glück kann ich da... Muss... Also, man kann ja nicht aussteigen, ne? Ben, hast du keine Waffen? Ist aber schick hier. Oh, warte, ich hab auch begrenzte Torpedos, sehe ich unten rechts. Ah. Hey, mein Rescuesquad. Ähm, ich hab keine Ahnung, wer du bist. Hey, du bist ein G&B-Skump. Das wird dich ausgültig machen. Sorry, Pal. Aber es gibt keine Rescuesquads hier. Ähm. Wen haben wir da jetzt platt gemacht? Der RISK-Meter just went way up. Hey, wir waren Auslöser hier. Und vielleicht mehr sind auf der Weg. So, was? Wir haben immer noch einen Arm-Patrollen außen. Sie können hier irgendeine Minute sein. Oh. Sekunde, ich hab doch hier irgendwie ein besseres Teil, ne? Gibt's hier irgendwie... Ah, guck mal hier. Okay. Das war mehr Grund, um schnell zu arbeiten. Los geht's, Leute. Die Crystals werden nicht selbst verletzt. Und das Outlaw war von Bloodstar. Nicht nur ein Low-Level Grunt. Er hat sogar eine custom-built Coil-Gun. Ich werde einen Augenblick auf der Hauptschafter. Und ich werde den Coil-Gun halten. Ich hoffe, dass wir nicht brauchen. Bleib ein Blick auf die Minerinnen. Ich will keine Crystals, die in den falschen Pocken enden. Hey, was ist mit dem Schraub? Das könnte das Bloodstar-Gauss-Rescue-Squad sein. Und wenn sie unsere Patrol außen spazieren, werden sie nicht einfach mit Medikern kommen. Scheiße, Lippe. Alles klar, ich möchte alle, calm und klar von den Wänden bleiben. Ich habe das. Anscheinend kommen die mit größeren Schiffen, wenn die hier durchkommen. Oh, die haben sogar einen Vorrat. Zeit, um die Minerinnen zu verdienen. Chief! Du hörst? Schraub, mehr Minerinnen. Die haben sie hier zuerst. Keine Angst. Mehr Ransom-Bootie, um unsere Pocken zu schrauben. Lass sie in. Bleiben, alle. Ich schraube sie, und lasse meine Missile am Rest. Das muss ich umstellen. Sekunde. Kann ich das umstellen? Ich will die, ich will die Dings ändern. Verdammt. Kann ich nicht umstellen. Ich muss mich wohl auch hier an was gewöhnen. An die mittlere Maustaste. Bin ich kein Freund von mittlerer Maustaste. Also, äh... Ja, wie heißt denn das nochmal? Das... Scrollrad. Okay, auf fünf kann ich mich heilen. Hat aber auch Aufladung, so wie es aussieht. Wie immer. Also, das macht wohl Schildschaden, wenn ich das richtig sehe. Ja, Everspace 2. Also... Also... Das hat irgendwie ziemlich hohen gefehlt. Oh! Stopp! War jetzt ne Drohne. Ich weiß gar nicht, wo Ben überhaupt ist. Ich töte einfach alle Gegner. Ohne Raketen zu verschwenden. Ah, okay. Das Blaue ist also... Die haben also doch Schilde. Okay. Okay, die Raketen sind echt mächtig. Wie ist dein Schild? Wie ist dein Schild? Hat es noch geältet? Nein, es ist noch geältig. Oh, Scrap! Scrap, 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 Scrap! Was ist passiert? Die Brotung ist fernig. Und jetzt geht es um den Kackpitz. Ich habe den Entschlag. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Komm schon, ich krieg dich! Jetzt habe ich überhaupt Bündeten anwesend. Alter, das sind echt viele hier. Oh nein, Ben! Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt ist. Check on Ben. Wo ist Ben? Oh, der ist aber weit weg. Warum ist der denn da hinten? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt... Die wollten nur mich? Oder was? Ich weiß gar nicht. Inside. Ich weiß gar nicht. 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 Ich bin davon haben. quién Anticeps, kommen wir zu brasen? Ich weiß überhaupt nicht. Hm. Don't be an idiot. He's a dead man. Okay, get your friend, but hurry. Hey, Ben. Huh? What's happening? It's our chance to get out of here. Come on. Forget it, man. I'm done for. I told you I'm getting you out of here. Over here. Thanks for waiting. My pleasure. I might have more luck with a clone pilot at my side. I'm really excited, ob die das so lassen. Oder ob die das noch überarbeiten. Ich mein, das hat auch schon seinen eigenen Look, ne? Watch out. You may call this a warning shot. Attackers are advised to disengage at once. Great, stuck between a rock and a damn flaming meteor. It's a colonial fleet. We better stick together if we want to make it out of this alive. Get ready to jump. No dice, tries are jammed. There's a jump suppressor down there. Open it. Open it. Open it. Oh, es gibt ne Karte. Oh, es gibt schon ziemlich groß. Und es soll noch erweitert werden. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt, äh... Wie ich, äh, springen kann. Also auf dem Controller war's ja der A-Button. Sieht aus, als ob ich's hacken. I need space. We're safe. It's down. Jumping is still suppressed. My sensors detect two more. Let's find them and get out. Alles klar, Deck. Wo denn? Guck mal, lass denn du hin. Ben, you okay back there? It feels like my skin is melting off. Get us out of here. I promise. Hm, was ist denn jetzt, äh... Wie springe ich? Verdammt. Ach, F. Also, die Kanonen fühlen sich mächtig an. Ich probier mal die andere Kanone. Oh, Loot. Lol. Die ist auch... Wow. Alter, was ist denn da los? Schießt die mit Raketen auf mich. Die, die Autokanone ist auch nicht schlecht. Ich verstehe es nicht. Die Flucht hat keine Jurisdiktion hier. Das ist unsere letzte Warnung. Scans werden auf alle Uniten initiiert. Ein militärischer Klonen verbrechen ist eine Verbrechung gegen die Kriegs-Tratie. Hand ihn über. Wir finden ihn entweder. Ist es du danach? Ich hab die Gasmaske nicht verbrechen, mein Profil zu verbrechen. Let's finish this and get the hell out. Ich weiß nicht, ob ich die hier auch platt machen kann. Oh shit. Wo ist der? Ja, die Kanone ist mehr um die Schilde wegzuhauen. Und die macht dann den Schaden. Also Schilde weg. Und dann den Rest weg. Wir haben dich identifiziert, Herr Roslin. Ich würde sagen, dass du deinen Sentinel ohne Probleme verbrechen möchtest. Halt auf dich, Mann. Wir sind um die Superlight zu entkommen. Oh Mann. Versucht er echt zu fliehen. Verstand doch gerade Cruise-Mode. Wenn ich C halte, kann ich den Cruise-Mode gannen, aber... Du bist okay, Ben? Oh Mann. Oh Mann. Er hat uns verbrechen. Sie haben uns verbrechen. Du musst deine Nav-Mode nicht verbrechen. Ich kann nicht fliehen. Mach das! Okay. Die Display ist verbrechen. Jetzt was? Ich gebe dir einige Chords. Eine Sekunde. Da. Siehst du den Schilder-Marker? Das ist unser Weg. Ich habe schon gesehen, die Klone kämpft, aber... Damn! Das ist nicht dein erste Dance. Du bist eine Prima Ballerina. Was ist dein Name, Mann? Das ist Adam. Und das ist Ben in der Mitte. Er braucht wirklich einen Medik. Die einzige Medik hier arbeiten für GMB. Und das ist nicht wo du gerade bist. Nicht mit einem Fleet-Warrant auf deinem Kopf. Mann, wir waren ein Meter aus dem DMZ. Ich sage mir, du hast einen von diesen Gmb-Pensionen-Pensionen. Es ist ein Schilder-Leon-Grady-Retirement-Schema. Nun, es ist noch ein Plan. Und die Pläne sind für Folle, mein Freund. Ich bin Dax, übrigens. Lass uns deinen Freund in Stasis, in meinem alten Husten. Das wird dir etwas Zeit geben, um herauszufinden, wie sein Leben zu retten. Ich glaube, das ist die einzige Wahl, die ich habe. Wie halte ich ihn an? Jetzt Lomme. Oh, schick. Aber ich kann gar nicht anhalten. Achso, ich musste in dem Autopilot bleiben. Mein Fehler. Wie komme ich da jetzt rein? Automatisch. Hey, buddy. Wir sind hier. Oh, Mann. Du bist schlecht. Ben ist nicht reagiert. Wir müssen jetzt etwas machen. Das ist ein Medbay. Aber wir müssen in der Kontroll-Kontroll-Kontroll-Kontroll-Kontroll-Kontroll-Kontroll-Kontroll. Das ist ein Problem mit dem Hauptreaktor. Das wird nur die BASIC für ein paar Zeit. Wie geht es mit dem Medbay? Der Cryopod kann auf dem Backup-Power laufen, aber keine Chance von den Medikanten zu fahren. Alles, was wir für heute machen können, ist ein Freund in Deep Freeze, bis wir den Reaktor zurückkommen. Wasem kassiert? Ich will ihn mal richtig in da rein. Wie machen wir ihn ab. Wases Warten ist nicht die Chance, was wir zum Aufholen aufmachen. J وأnebel. Was ist das lecker, was wir finden? Was das? Bis zum nächsten Mal. Das war's. Ich Ratschlieb, was wir in der Super-Kontroll-Kontroll-Kontroll-Kontroll-Kontroll hier? Oh, wirklich? Aber ich denke, wir hatten ein paar gute Zeiten hier. Also, du warst nicht alleine. Hier ist die Cryo. Ja, sieht aus, dass es funktioniert, okay? Schöne Geheimnis, buddy. Das ist fertig. Jetzt gehen wir den Reaktor an. Ich fühle mich, dass du mir nicht etwas erzählst. Über diesen Ort. Was hast du von dir hiding? Was ist mit deinen Kollegen passiert? Ja, ich wusste, dass du Fragen hast, wenn ich dich hier bringe. Was hast du hier? Look, ich habe ein Geheimnis auf dich. Warum nicht du ein Geheimnis auf mich jetzt? Trust ein bisschen. Ich werde dich auf die Kommission und fülle dich in auf was du musst. A lot of was braucht zu fixieren. Aber wir sind noch gut auf die Ressourcen zu patchen, oder wir füllen unsere Ammo, wenn alles weitergeht. Und da ist auch noch mehr Platz in der Storz-Unit. Also fühle mich, dass du dein Karge in der Storz-Unit kannst. wenn es in der Sentinel wird. Hier ist eine Liste, was wir brauchen, um den Reaktor zu fixieren. Stratmetal? Cooling-Unit? All ziemlich einfach. Die Cooling-Unit könnte ein Problem sein. Check out die Flögel-Depritte. Das ist dein Bestes Schuss zu finden. By the way, ich habe die Möglichkeit, zwei Geräte zu installieren in deinem Land. Ein EMP-Generator und ein energisierter Bust. Ich bin nicht sicher, wie ich fühle mich, dass du in meinem Land entdeckst. Ja, gut. Lass mich wissen, wie du fühlst, wenn eine meiner Götter dein Leben schafft. Also ich finde es ja mega cool, wenn man so eine Basis hätte, die man dann ausbaut. Im Prinzip machen wir das ja gerade, weil wir Ressourcen holen und dann hier den Reaktor ausbauen. Was? Achso. So, es ist prepared und aufgefüllt. Das ist mein Storage. Ich weiß nicht, ob wir damit irgendwas anfangen können. Ich lass es mal hier. Ach guck mal, da brauchen wir dann hier diese Module. Dann könnten wir sogar hier was aufrüsten. Was haben wir hier? Hier ist der EMP. Ist der Energy Boost. Ach guck mal, das gibt mir sozusagen einen Dash. Wir können es customisen. was kann man denn hier? Ah, ich kann die Farbe ändern. Ah, wir können es schwarz machen. sehr gut. Sehr gut. Was machen wir denn hier? Auf die Seite ist das. Wie der da wohl aussieht, wenn wir den ganz schwarz machen. Na gut, wir können jetzt... Ah, doch hier. Ja, gib mir weiß. Ich will weiß. Ich will weiß. So, den machen wir auch weiß. Ich lass ihn mal so. Oh, jetzt habe ich gar nicht alles durchgeguckt. Guck mal, jetzt habe ich eins und zwei. Zwei ist der Dash. Eins ist der EMP. Erstmal hier muss ich mich ja hier mit auseinandersetzen, wie es funktioniert. So, hier ist die Karte. Missionen. Guck mal, man hat hier anscheinend auch noch... Ist das Ruf? Kann das sein, dass das Ruf ist? Ja, hier steht Reputation. Ja, okay. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Also Launch. Und dann fliegen wir mal dahin, wo wir hin müssen. Kostet mich das Sprit? Ich denke, GMB nicht wusste, dass du ein Klone bist. Nein. Nur acht mehr Schifte, und sie würde mir einen Ticket für Eden 12 verdienen. Eden 12, huh? Das ist ein richtiges Name. Sie haben lakes, da? Cool. Ich spüren lakes. Als ich ein Kind, mein altes Mann würde mich überraschieren, fast jeden Tag. Das war bei Byron 4. Just bevor das ganze Land ging zu hell. Was ist kayaking? You serious? Scrap. We've got a visitor. Leave him to me. Was ist das? Maybe you could try to pop that gift bag and try one of your new devices. In the meantime, I'll lock the front door. Just in case. Ah, das ist doch kein Dash. Sondern... Ah! Damage? Ach so, das heißt, die Energiewaffen sind echt scheiße gegen Schilde. Also gegen Schilde wäre die wohl besser, oder was? Gibt's hier keinen Button? Komm, wir machen den mal platt. Wir haben's noch einen Arm. Waren'll das ab�. Wir kommen in der shiny Gegend. Ja, das ist wieder gut. Jetzt hätte sie auch ins Leben gesehen. Deine Mal haben wir also noch einen Baumwacher zu sehen. Wir wissen, was wir wiederholfallen und auch wieder heen. Wir können dir wissen, dass wir gleich nach Kaya-Ka-Ka-Ka-Ka-Kaing here passivieren. Wenn der Kajak nicht in da ist, hat er sicher nicht ihren Job gemacht. Meine Erinnerungen sind fragmented, aber nicht falsche. Sie sind ein mix von randomen Erfahrungen aus meinem Klonefobber, der Leben in jeder Inkarnation die vor mir kam. Alles, von Klone zu Klone, bis sie mit mir enden sind. Holy! Also, du bist ein bisschen im Immortal-Soul. Well, nicht mehr. Der Cycle war broken. Also, wenn ich sterbe, bin ich fertig. Weißt du, was ich machen würde, wenn ich dich wäre? Nein, was? Nicht krokken, bevor ich kajak habe. Hehehehe. Ich meine wirklich. Wenn ich die Chance bekomme, dann werde ich. Mehr Auslöser. Sicher, dass die Umgebung ist, bevor du zurückkriegst. Ich will niemanden, zu küsse und zu erzählen, über diese Basis. Also, ich war auch noch nie Kajak fahren. Aber es würde mich jetzt auch nicht reizen. So tut man heutzutage Farmen. Also, Minern, meine ich. Ist der gerade überhitzt? Wir probieren mal den EMP aus. Sekunde. Hier ist noch mehr zu looten. Das will ich natürlich auch looten. Okay, der geht automatisch raus. So, ich glaube, der kann überhitzen, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder weil ich den EMP genutzt habe, konnte ich den nicht mehr einsetzen. Konnte ja auch sein. Aua, Aua, Aua. Was ist das? Da habe ich eine dicke Rakete für geopfert. Für Kupfer. Wichtig, Kupfer. Viel wichtiger ist noch Loot. Ich sehe keinen Loot. Gut, also los. Gut, also los. Ne, das kostet zwei Geld, oder was? Ach, komm. Ich habe zwei Geld ausgegeben. So, was? Open Perkmenu and Fix Reactor. Wo ist denn der Perk? Hier, Perks. So. Ach so, das heißt, der Reaktor gehört jetzt zu seinem Charakter. Da. Ach, guck mal, ich kann Ärger drücken. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ich habe nie gedacht, dass ich dieses Schabbe-Pleise hätte. Die Blutstar-Idiens haben mich geholfen für Jahre altes. Was wollen sie von dir? Was wollen sie von dir? Krediten und Informationen. Unfortunately für sie, ich nicht mit Outlaws. Anyway, das ist wo wir jetzt sind. Wir haben Licht, Klima-Kontrolle, und Zugang zu Skans unserer Region. Kann die Skans helfen, mir wieder nachzunehmen? Ich kann nicht immer fliehen. Wir müssen uns die Schabbe-Pleise wiederholen. Wir können nicht mehr in die Schabbe-Pleise oder die Flucht sofort sofort befinden uns die Schabbe. Aber mit diesen Schabbe-Pleise... Hier, wir schauen uns. Sito-Outer-Rim, Rhodia-Orbit und Union-Bridge? Das ist so weit wie wir können? Das ist weit genug für jetzt. Das ist das, was wir müssen jetzt machen. Ich brauche Sie zu fliehen zu allen drei Schabbe-Pleise und schaufe an die kleine Geräte, wir wie die Beane-Pleise nennen. Beane-Pleise? Das ist für die Beane-Pleise. Es sind kleine Diy-Signal-Distractors und wir haben diese Basis aus den Schabbe-Radaren gebraucht. Aber natürlich sind sie nicht mehr. Das klingt wie ein Job für Ben. Du brauchst einen Ingenieur auf dem, nicht ich. Warum fokussieren wir ihn erst zuerst? Kein Zeit. Wir sind wie ein Bonfire. Wenn wir nicht herausfinden, was mit den Distractors ist, werden wir nicht lange genug leben, um Ben zu retten. Tende die Beane-Pleise und versichern uns. Das gibt uns Zeit, was mit deinem Freund zu tun. Alles klar. Heißt, wir müssen uns wieder verbergen. Ein Traktor-Strahl? Kann ich irgendwie sehen, wovon ich... Okay, ja, kann ich. Credits. Oh, kostet auf ein Credits. Was? Also ich hab von nichts genug. Sind das... Wären hier Slots hinzugefügt? Was heißt denn hier? Zwei von 18. Warum haben die hier unterschiedliche... Achso, das sind alles unterschiedliche Sachen. Ach guck mal hier, kann ich mich heilen? Das kann ich ausristen. Hm. Ich weiß nicht, ob die besser ist. Die macht zwar ein bisschen mehr kinetischen Schaden, aber... Was kriegen wir, wenn wir die destroyen? Habe ich da jetzt Materialien rausbekommen? Nee. Achso, da steht, was ich rausbekomme, wenn ich es destroy da unten. Die sind sehr wertvoll. Jetzt steht hier auf einmal neun. Anstatt zwei. Also es scheint was richtig zu sein. Aber dann wäre es doch sinnvoll, wenn ich mir hier alles rüber hole, ne? Erstmal... Ich weiß natürlich nicht, was davon Scrap ist, ne? Nun gut, aber das war's doch erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. 에ättления Mm-hmm. Ehm... му... huu Hueuuu... vessels... ... ... ... ... Vielen Dank.